Es ist eigentlich voll heftig gemeint, weil die Sonne direkt hinter dem Löwen ist und dann glitzert es auch noch dahinter auf dem Wasser. Glaubst du, das passiert da jemals? Bestimmt steht die Sonne eigentlich auf der ganz anderen Seite. Doch, ich glaub schon, dass das so ist. Sonst hätte er uns sehr lange angelogen. Das finde ich aber nicht so cool. War der komische Rahmen. Bist du dir sicher, dass das so ein Regenbogen davor sein soll? Ja, was soll das sonst sein? Meinst du, der ist einfach so mit dem Pinsel ausgerutscht und einfach so rüber? Ein Drache. Ich meine, für den Regenbogen sieht es auch noch nicht so cool aus, weil es sieht eher aus wie blau-weiß-gelb. Ja, genau. Müsste eigentlich bunter sein. Gibt es ein Land mit der Flagge? Nee, ne? Blau, weiß, gelb. Nee, nur grün, weiß, gelb.